Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei American Truck Simulator. So, wir nehmen jetzt sofort mal einen Auftrag an. Quatschen kann man gleich unterwegs, denn wir müssen uns sehen, dass Geld reinkommt. Ich möchte den Truck endlich mal verbessern und wir gucken mal San Francisco. So, okay. Vorratstank. Passt, passt. Richtung passt auch. Jo, starten wir mal. Bin mal gespannt, wie das Ding aussieht. So, wir hatten, glaube ich, jetzt gerade vollgetankt. Müssten auch ausgeruht sein. Ja, sieht auch gut aus. Tank ist voll. Gang ist draußen. So, dann starten wir mal durch. Handbremse ist draußen, ne? Ja, man navigiert wieder. Ich bin sehr, ich habe da echt schon gezweifelt. Was ich jetzt übrigens gesehen habe, der Steam Workshop funktioniert jetzt. Ist auch ganz cool. Warte, soll ich noch mal ein bisschen... Wo ist denn die Musik? Mal ein Stück leiser machen. So, reicht auch, oder? So, jetzt soll ich da hinten noch drauf fahren. Ah, die Stadt-Flair, das gefällt mir echt sehr gut. Nicht so schnell fahren. Ich bin nämlich gerade... Ich bin nämlich gerade geblitzt worden, YouTuber, so im echten Leben. Und, äh... Mist. Das Blöde war, ich habe da echt gerade noch dran gedacht. Und, äh... Ja, gut, das war nicht so wild. Das war jetzt eine 30er-Zone. Ich weiß nicht, ich war in 42 oder so. Ich habe aber gerade noch gesagt, so, hey. Also, es war irgendwie, ich weiß nicht, Intuition. Und dann machst du auch schon... Bang! Also, wenn du so mal ein Gefühl hast, mit irgendwie... Mit 30er-Zone sollte man eh nicht so schnell fahren. Das ist ein... Oft sind es ja auch hier diese, äh... Wohnbereiche und so. Obwohl, da war es jetzt so, das war, ähm... Hinter, ne? Hinter dem Kindergarten. Also, weit dahinter. Nicht, dass er jetzt sagt, äh... Nee, nee, das war dann jetzt schon nix. Nee. Ich habe übrigens Automatik. Und der säuft ab, wenn man nicht von der Kupplung geht. Nur mal so angemerkt. Sollte ich mich natürlich dann auch dran halten. Ja, wie gesagt. Geblitzt, aber... Ist ärgerlich. Mal gucken, was es kostet. Das ist Spaß. Ähm... Sind das dann so 10 kmh oder so, ne? Oder 12, wahrscheinlich, die ich drüber war. Keine Ahnung, was das kostet in der Ortschaft. Das war jetzt aber auch nicht die Polizei, die geblitzt hat, sondern das war so ein... Van irgendwie. Aber, wie gesagt, ich finde es... Ist auch nicht richtig, weil... Da haben viele von anderen nur mal viel zu schnell und, äh... Selbst schuld. So. Wann seid ihr noch das letzte Mal geblitzt von YouTube? Das wäre doch mal interessant. Dann muss ich nicht ganz so viel leiden. Schaltung. So, wieder links. Noch haben wir keinen Auflieger. Noch können wir hier um die... Ecken flitzen. So, müssen wir gleich wieder links hier. Oh, hier war ich auch noch nicht. Moin, ich soll hier was abholen? Gucken wir mal. Ich hab auch nur den zur Auswahl. Ich bin mal gespannt. Ja, mein Stuhl... Rutscht hier dauernd. Was ist denn das hier heute? Mann, entweder rutscht mein... Also, ich muss dazu sagen, ähm... Ich hatte vorhin meinen Teppich. Und jetzt habe ich hier halt Naminat. Und das ist irgendwie dann doch so ein bisschen... Rutschiger, das Ganze. So. Hier ist ganz schön huckelig. Wahnsinnig durchfahren. Da ist das gute Stück. Der Kram, der funktioniert sogar. Warte mal. Aber so weit kann ich jetzt nicht rauskrollen. Jedenfalls sieht man an Schatten, wie er sich hier dreht. Und da unten... ...sehe ich jetzt keinem Arbeiten, aber... ...schon klasse gemacht. Dass du hier so direkt... ...hier auf so eine geilen Baustelle abholst, mitten in der Stadt. Ist doch cool. So. Ich bin wieder wieder nicht rein, in der Rückwärtsgang. Komm schon! Ja, Steam Workshop ist da. Das heißt, man kann sich jetzt... Hä? Was hat irgendwie so ein blöder Huckel gerade das? Da habe ich gerade einen Bauarbeiter überfahren. Hm. Keine Ahnung. War wohl nur ein... ...Sieben-Schläfer oder so. Mein Stuhl! Bleib hier jetzt gleich. Leg ich mir da keine drunter, dass das Ding da bleibt. Ähm, ja. Der sieht doch ganz nett aus, oder? Kleine Rakete. Ist da nicht... Ja, okay. Was machen die denn da um? Langweilen sich alle. Mal gucken, ob das hier richtig machen. So, macht's gut! Dann hier auf dem zweiten Pfarrer, oder? Hier steht noch ein Bobcat. So, mit dem Frontspiegel her, also von der Sicht her, finde ich es nicht schlecht, ne? Also wirklich immer, wenn du... Selbst wenn du nur geradeaus guckst, siehst du immer noch, was hinter dir passiert. So ein kleiner Graben, da war nichts Wildes. Aber ich wollte auch mal wieder Multiplayer fahren. Zur Not auch mal alleine, wenn die Zeit nicht passt. Vielleicht sehen wir uns dann ja mal online zufällig. Könnt ihr mal winken, wenn ihr mich seht. So. Grau finde ich auch immer noch geil. Wie der im Grad, ja. Peterbilt. Äh, Quatsch. B900 war es. So, da wieder links. Ich bin schon gern verschaltet. Mist. Ist er noch an? Ja. Ja. Ne, 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 ne. Ach, Leute. Das ist aber jetzt echt klein, nicht, oder? Ja, gut. Ich hab's, ja. Oh, Mist. Ist echt wegen Diebarmid? Naja, wenn da die Schleife drin ist, ist sie da drin. Da hast du halt Pech gehabt. Äh, sie ist positiv heute schönes Wetter. Und, ähm, da lassen wir uns ja in die Laune nicht vermiesen. Auch trotz roter Ampel und geblitzt. Und, äh, naja. Bestimmt, wenn wir jetzt fahren? 8.30. Ich muss mal runterschalten. Was wiegt denn das Ding eigentlich? Ich hab hier jetzt gar nicht drauf geachtet. Kommt sie auch. Und so schwer kann er ja auch nicht sein, ne? Jetzt kommt ein Tunnel, muss man das nicht dann machen. 35, darf man hier fahren. Ah, ich bleib mal in dem Gang, wir können jetzt eh wahrscheinlich raus beschleunigen, ne? For sale. Auch schön, wow. Oh, ich fahr mal wieder von innen, ich hab irgendwie ein ungutes Gefühl von diesen kurvigen Geschichten. 60, okay. Neu, wir haben nicht viel Verkehr hier, also auch keine Polizei, aber wie geht's mit der Zeit aus überhaupt aus? Ich glaube, wir haben genug Zeit. Nur noch acht Stunden Zeit, auch noch drei, ja, das war eine normale Auftrag, doch. Ja. Da steht voll auf dem Gas, gar nicht überlegt, ob ich runterschalte, aber da war ein Dreht da zu hoch. Als nächstes wollte ich ja dann auch mal in den Motor investieren, also müssten die auch nicht kurz vorm Level ab sein, meine ich. vielleicht klappt das ja jetzt, wenn wir mal hier abgeben. ... Und schon der Rastplatz hier. Die Strecke an der Küste ist auch nicht ganz geil. Da kann man ja trotzdem ziemlich schnell unterwegs sein. Heute gibt es auch wieder Zuschauer am Fax übrigens. Gucken, was uns da heute erwartet. Ich hoffe, ich habe vom Empfang her, dass mein Faxgerät hier funktioniert. Aber eigentlich ist das Taschenfax da nicht ganz zuverlässig. Warte mal, wie ich ein Gang ist. Kommt schon. Vielleicht gehe ich dann doch bald mal wieder auf Automatik. Können wir zumindest machen, wenn wir eine große Maschine haben. So, nochmal reinschauen, wie viel Geld wir überhaupt aktuell haben. Naja, nicht so viel, ne? 3.900 Dollar. Soll ich jetzt nur nicht über die Linie fahren? So schwer war es die mir auch nicht. Hier haben wir 10 Tonnen. Jetzt kriegen wir jetzt Vergütung. 3.2. Okay. Na, vielleicht sollten wir auch nochmal ein bisschen mehr auf Fernverkehr gehen. So. Wo das Schalten so auch schon Spaß macht, ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, hey, das nervt mich total gar nicht. Ist halt auch so, man muss da erst wieder reinkommen. Ich weiß noch, wie es damals bei ETS war. Ähm, mit der Schaltung, dass du wirklich dich da erstmal reinfuchst musst. Und irgendwann hast du es halt drin. Man könnte es hier nur ausweiten, ne? Was ich jetzt aber nicht machen würde. Dass du dann, äh, noch viel mehr Gänge schaltest. Brems. Da ist es. Meine Kupplung ist weg. Moment. Komm her. Ja, der LKW muss, da muss ich mir wieder ein paar Schrauben anziehen. Nein. Nein. Nein, ich kann. Moment. Moment. Oh, nee. Ich dreh durch. Ich hab das falsche Fax mitgenommen. Verdammt. YouTube, alle durch. Ich hab mich grad selbst erschrocken. Da sollte eigentlich jetzt ein Faxgeräusch kommen. Ja? Und nicht die Feierabend-Panfare. Sorry. Ist gleich vorbei. Aber trotzdem lese ich natürlich vor, was ich hier vorbereitet hab. Ah, ich glaub, da kommt noch was, oder? Ja. Der letzte Rest. Okay. Ja, sorry. Mach das Ding aus! Danke. Unglaublich. Ich kann grad nicht drauf gucken, weil... Ihr seht hier die Strecke. Das ist grad ein bisschen schwierig. Es wird sogar noch enger. So, jetzt wird's gemütlich. Warte mal, ich guck mal. Boah, was ein Text. Ähm, hallo Tom, wieder mal eine tolle Folge. Ich schau mir fast alle deine Videos auf einen 60-Zoll-Fernseher an. Das ist natürlich auch dekadent. Aber, Glückwunsch dazu. 60-Zoll. Ja, ich hab meiner Freunde ja auch schon gesagt, ne? Ich hab einen 46 haben wir. Und ich hab gesagt, hey, ich kann immer schlechter gucken. Und wir bräuchten noch mal einen größeren Fernseher, weil die Sehkraft und so. Aber, ja, okay, sie hat natürlich recht. Sie hat gesagt, nee, wenn der mal kaputt ist, dann gucken wir mal. Aber, klar, könnte ich... Aber da, ich schweif grad ab. Egal. Äh, das können wir aber noch ausdiskutieren. Und zwar, ähm, warte mal. Hier ist doch grad so schön. So, herrlich. Also, passt mal auf. Der Christoph schreibt also, hallo Tom, wieder mal eine super Folge. Ich schau mir fast alle deine Videos auf einen 60-Zoll-Fernseher an. Echte Kino-Qualität. Das freut mich. Also, ich bin immer skeptisch, ob dann die Qualität auch wirklich dann gut rumkommt, ne? Ist natürlich schön, wenn das so ist. Und, ähm, jedenfalls, mhm, auch deinen Sendeplan finde ich prima. Auch, wie du ihn vorerst durchhältst. Aber jetzt zu meinem Anliegen. Hättest du nicht vielleicht Lust, den ETS öfter zu spielen? Vielleicht immer Freitags anstelle vom Bussimulator. Freue mich auf eine Antwort und mach weiter so. Ja, den Christoph hatte ich schon geantwortet. Aber, ähm, nochmal, um drauf einzugehen. Das ist wirklich, ähm, ETS hatte ich jetzt auch wieder drüber nachgedacht. Würde ich auch gerne mal wieder spielen. Ähm, da fehlt mir auch so ein bisschen der Actros. Und, ähm, werden wir auch wieder tun. Ich gucke mal, ob ich das nächste Woche mal mit einbauen kann. Dass wir vielleicht dann dafür den, äh, Bussimulat noch ein bisschen reduzieren. Ähm, aber wie der Sendeplan dann nächste Woche aussieht, das erfahrt ihr dann auch nochmal auf Facebook und auf Google+. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Und, das heißt aber nicht, dass da möglichen Trucks zum Malab auch nicht mehr kommt. Sondern, dass wir es eventuell dann irgendwie ergänzen. Wie gesagt, ich bastle mal was und, äh, können wir gerne nochmal drüber reden. Und, ähm, YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Und, ähm, YouTube. Tschüss.